Ja, ja, ich bin grad dabei. Ich krieg grad eine Mieren-Hausbid. Ja, Janis. Ja. Alter, wann geht es endlich? Elfstest. Alter, ja, Janis, versau halt alles. Janis. Boah, Janis. Versaut bitte alles. Ja, die auch freundliche Größe. Das heißt nicht so, das heißt... Oh, Mann. Oh, Frau. Nee, oh, Mann. Denk schon, Kühlschrank passt perfekt. Was heißt das? V, V, J. J. Ich... Das heißt, das... Volksfonds von Jutair. Also. Und nicht die jüdische Volksfonds, ja. Ja, aber das wird dann nämlich... Du kennst das Leben des Brian, nicht also? Natürlich kenn ich das. Ich hab schon mindestens einem Jahr den mal angeschaut. Ah, okay. Wer kennt das nicht? Ich. Und du sagst schon, ach, da kann ich das nicht. Kennst du echt nicht? Natürlich kenn ich das. Das stimmt. Volksfonds. Voll mit F. Und Hit mit F. Fronf. Volksfronf. Oh, mein Gott. Laut grammatikalischer, perfekte Aussprache. Bromf. Bromf. Ja, natürlich. Kann ich gleich knampf, rumpf oder krumpf hinschreiben. Ja, der ist ja voll krumpf. Natürlich. Okay, lassen wir das lieber. Oh, Mann. Oh, oh. Okay, lassen wir das nicht. Was ist das? Äh. Ich weiß nicht. Scheiße. Egal. Kraftausdruck. Ja, okay. Ich hab mir Glück gehabt. Wie machen wir das denn so? So. Und so. Genau. Und dann noch so. Und so hast du vergessen. Genau. Das auch noch. Das ist ein wichtiger, wichtiger, elementarer Standteil. Und dann so natürlich. So, okay. Ja. Und ab jetzt kann ich nicht mehr weiterreden. Ab jetzt bin ich im Fachmann. Und so, und so. Also, um genau zu sein, haben wir jetzt zweieinhalb Stacks Zuckerrohr aus dem Bissle da. Dann ist der sich grad komisch an. Ja, warum? Ich weiß nicht. Wo kommt denn das Zuckerrohr rein? Haben wir da eine extra Kiste? Nope. Bis jetzt noch nicht. Wo ist denn die Kiste, wo das reinkommt? Gibt's auch noch nicht. Oben die, die, da wird allerlei Kiste. Ja, dann. Dann tue ich das. Wo willst du denn reinmachen? Habe ich schon eine Kiste gemacht. Hallo, ich habe schon eine Truhe gemacht. Ja, ist okay. Ich sage hier nichts. Ich bin noch mal ein bisschen Kopley. Und mach das. Und ich brauche noch ein bisschen Erde. Mach das. Jetzt muss ich das hier nämlich verdecken. Und ich glaube, ich verscheide jetzt mal ein Dach voll ganz, Alter. Das Haus dient eh nur so und das dient zu nix. Naja. Bin ich jetzt zu etwas. Was, nur reicht dein Haus ab? Nee, das ist nett. Du darfst was anfackeln. In Luft sprengen, wenn es geht. Ja, meinst du noch kein TNT. Schade. Jetzt müssen wir beschleunigen. Jetzt kann man es lassen. Jetzt habe ich noch ein Erdbegriff hergekommen. Jetzt gehe ich mal zu Lukas, weil der es so gebotert hat. Ich war produktiv. Glaube ich dir nicht. Ich mir schon. Wie komme ich denn da rein? Gar nicht. Okay, wo kommt man hier unten hin? Zu meiner Bucht, zu meiner Strand, zu meinem Beach. Ah. Wo kommt man hier? Mein Strand, Max. Ach, bei dir. Hier kommt man rein. Da, wo die Tür ist meistens. Da ist eine Kiste. Da ist nix. Da ist auch eine Kiste. Was ist da? Ja, wärmer, wärmer, wärmer. Was? Ach du Scheiße, was hast du hier oben? Geh mal, ey, geil, war das Bett. Geh, voll, das Stream-Bed. Jetzt nehme ich mir über die Bögen und so hier raus. Oh, meine Bögen. Da war halb kaputt. Ich kriege halt nie. Kannst du alles mit rausnehmen. Auch das sind oben. Und das eine. Und das andere. Waren das Leime drin? Was? Waren das Leime-Bälle drin? Wo? Ne, die habe ich unten verdorben. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wer fällt hier ab und lasst die Hilfe der Bäume stehen? Puh. Lukas. Da fragst du Falschen, nein. Ich bin nicht so richtig. Nein, nein. Dein ganzes Haus besteht halt aus Eichenholz. Ich weiß wirklich nicht. Gibt's ja nicht. Ha? Gibt's ja nicht. Was gibt's noch? Wer hier alles stehen lässt. Ja, da gibt's ja noch. Ich sehe die. Tülie gibt's da. Ja. Ja. Ich sehe es. Wer? Echt jetzt, Juli? Ja. Ernsthaft? Ja. Ich muss aber noch kurz was fertig machen, okay? Okay. Kannst du dich nur noch umspunten, haben wir. Nein, scheiße. Doch. Was heißt? Jetzt ist der Baum hier hoffentlich auch weg. Da scheint noch irgendwas drin zu sein. Da. Hier steht auch wieder die Hälfte. Der Armee, Julian, rackert sich ab. Ja, schon schlimm. Der rackert und rackert und rackert und rackert. Ist das eigentlich nicht ein Traktor, der rackert und rattert? Bööö. Da drückst du, der falsche. Oha, der sieht aber ein bisschen arg aufwendig aus. Was? Meins. Ja. Ja, aufwendig und scheiße. Ja, und der Kies. Warte mal. Du willst das Kies da als Trennwand machen? Was du laberst. Nein, das habe ich da nur hingemacht, dass ich da laufen kann. Kies. Ja, ich hatte gerade keine Hälfte. Hälfte machen, ja. Egal. Lukas, bist du fertig, oder? Nein, nein, es dauert noch kurz. Wirklich nicht mehr lange. Bei mir dauert es auch noch kurz. Soll ich gerne noch was? Ich mache das nächste Mal, aber ich werde es sonst vergessen. Ja. Das ist jetzt noch was. Klar, kein Problem. Juli weiß, das ist überhaupt nicht aufwendig, das was ich mache. Das ist nur ein Heide-Geschäft. Ein Heide-Spaß ist das. Und ein Heide-Park. Nein! Oh. Äh, doch. Hast du das? Nein, ich bin gerade runtergefallen, deshalb nein. So. Ich mache schon was. Also gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 egal. Ich erinnere mich das nächste Mal dran. Weil ich gehe noch ins Haus, weil es gerade so ungefähr ist. Ja. 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 Du musst ja wissen, was du baut hast, oder? Oder was vor der Kette hast. Ja. Ja. Warum geht man drüber? Also Julian. Ja. Hier. Perfekt zum Sonnenuntergang. Machen wir eine kleine Aufnahmepause. Und zum Young-Cat-Aufgang, zum Beispiel bei mir. Okay. Du meinst einen Young-Cat-Untergang. Nein, Aufgang. Aufgang nicht. Ach so, ja, als Mond. Oder? Genau. Ja. Genau. Zack. Also, vielen Dank fürs Zuführen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.